Gold bekommt kurz Gegenwind durch den Israel-Hamas-Konflikt und den etwas schwachen US-Dollar. Hallo zusammen, heute nun mal wieder einen kurzen Beitrag zum Thema Gold. Natürlich soll das keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sein, sondern sind nur unsere persönlichen Meinungen. Wir sind mit 5% in Geld investiert und werden das auch vorerst beibehalten oder auch etwas aufstocken. Diese Woche erlebten wir eine deutliche Rallye bei Gold und Silber. Erstens aufgrund des Israel- und Hamas-Konflikts und zweitens aufgrund der Abschwächung des Dollars und der US-Staatsanleihen. Zu Beginn der Woche sahen wir, wie sich die Lücke öffnete, als die Hamas am Samstag Israel angriff, und so begann sich die Risikoprämie bei Gold anzusammeln. Gold befand sich letzte Woche im überverkauften Bereich mit neun täglichen Verlusten in Folge, was auf eine baldige Preisumkehr hindeutet. Der Konflikt diente als Katalysator für die Deckung von Short-Positionen und den Aufbau neuer Long-Positionen. Analysten empfahlen bei Einbrüchen der letzten Woche zum Kauf, da Gold eine starke Unterstützung um die 1800-Dollar-Marke hatte und die Bullen bereit waren, dagegen anzukämpfen. So wie sich Gold in einer überverkauften Region befand, befand sich auch der US-Dollar in einer überkauften Zone, sodass wir mit einem Rückgang des Greenbacks gerechnet hatten. Kürzlich kamen alle wichtigen US-Inflationszahlen und sie fielen höher als erwartet aus, was zu einer Erholung der US-Staatsanleihen und des Greenbacks führte, die den Goldpreis nach unten drückte. Der gestrige Bericht erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinsen auf der FOMC-Sitzung im Dezember anheben wird. Dem FedWatch-Tool der CME zufolge besteht eine Wahrscheinlichkeit von 31,4%, dass die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte anhebt, und eine Wahrscheinlichkeit von 3%, dass sie die Zinsen bei der letzten FOMC-Sitzung des Jahres um 50 Basispunkte anhebt. Während die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im November von 9,1% gestern auf 11,8% heute stieg. Obwohl sich der Goldpreis von den Tiefstständen der letzten Woche erholt hat, scheint die Dynamik an Kraft zu verlieren, da die Federal Reserve signalisiert, dass sie ihre restriktive Geldpolitik beibehalten wird, bis die Inflation wieder auf ihr Ziel von 2% zu tendieren beginnt. Der unmittelbare Widerstand für Gold an der COMEX liegt bei 1.900 Dollar. Wir glauben, dass es für Gold nicht einfach sein wird, die 1.900-Dollar-Marke zu überschreiten. Wir können bei Gold optimistisch sein, wenn wir die Bestätigung erhalten, dass die Anleiherenditen ihren Höhepunkt erreicht haben. Wir glauben, dass sie kurz vor ihrem Höhepunkt stehen. Aber es gibt immer noch Spielraum nach oben, weshalb es für Gold vorerst nicht einfach sein wird, die 1.900-Dollar-Marke zu überschreiten. Die Federal Reserve wird die Zinsen nicht so schnell senken, wie es die Anleger gerne hätten. Aber wir sind am Ende des Straffungszyklus angelangt. Das gilt für Zentralbanken weltweit. Wir sind an einem völlig anderen Ort als letztes Jahr. Wir erwarten eine Bestätigung der Trendumkehr in Richtung Aufwärtstrend. Gold hat über seinem Gleitenden 20-Tage-Durchschnitt geschlossen und das nächste Aufwärtsziel wäre sein gleitender 50-Tage-Durchschnitt. Es wird erwartet, dass dieses Niveau einen starken Widerstand darstellt, da sowohl der gleitende 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt in der Nähe dieser Zone liegen. Ebenso scheint die Marke von 1.900 US-Dollar ein starker Widerstand für Gold zu sein und jegliche Rückgänge wären eine gute Gelegenheit, in der nächsten Woche in Gold zu investieren. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch ein Like da und abonniere meinen Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Du kannst das Video auch gerne mit deinen Freunden teilen, wenn du denkst, dass es ihnen gefallen könnte. Ich freue mich auf dein Feedback in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal.